Hola, como estas? Hier ist Edu. Hast du dich schon einmal gefragt, wie man Weihnachten in anderen Ländern feiert? In diesem Video stelle ich dir vor, wie man in Peru, ein Land in Südamerika, Weihnachten feiert und welche Traditionen dahinter stecken. In diesem Video lernst du peruanische Weihnachtstraditionen, typisches Weihnachtsessen in Peru. Natürlich werden wir auch die spanischen Bezeichnungen erläutern. Peru ist ein Land in Südamerika. Die Hauptstadt ist Lima. Und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und zum Rocket cooldown raus auf www.sofatutor.com Auf den disgrafen.